moin leute was geht ab hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch zeigen wie eure wände unsichtbar machen könnt und zwar ist das ganze ganz einfach ist einfach eure wand schießt sie laut und dann das einzige was jetzt machen muss leute im bearbeiten und reparieren gleichzeitig drücken zur selben zeit so ich versuche das jetzt mal so wie ihr seht kommt diese holzteile nicht zurück und das bedeutet wiederum dass dieser glitch geklappt hat leute jetzt ist die wand unsichtbar ihr könnt durchschauen aber die gegner auf der anderen seite dürfen das nicht sehen so leute wie gesagt einfach los schießen und dann bearbeiten und reparieren gleichzeitig so wie ihr seht hat es wieder geklappt falls es nicht klappen sollte leute dann zeige ich euch mal wie das aussieht so seht ihr dann kommen die holzdinger zurück wenn die wenn die balken wieder zurückkommen dann hat es natürlich nicht geklappt leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lass doch ein abo da ein like wäre nicht schlecht und ansonsten bis zum nächsten mal